Ich bin gerade am Üben und ich möchte einen Aspekt erzählen, den ich total wichtig beim Üben finde. Wir sind so oft darin gefangen, dass wir versuchen, alles richtig zu machen. Unser Lehrer sagt etwas und wir versuchen es genau so zu machen. Unser Lehrer gibt uns eine Anweisung und dann muss das immer und immer genauso zu Hause gemacht werden. Was das Ding ist, wir sind dann die ganze Zeit in einem Art Machen. Wir sind in einem Machen, wir müssen es richtig machen, wir müssen unseren Körper dazu bringen, etwas zu machen. Und das führt letzten Endes dazu, dass du viel mehr verkrampfst beim Spielen. Also ich entdecke das auch immer wieder bei mir selber. Ich rutsche da auch selber rein, dass ich etwas entdeckt habe, was sich richtig gut angefühlt hat. Und beim nächsten Mal üben muss ich das unbedingt auch wieder so machen. Also und dann erlaube ich mir nicht, diesen Weg zu gehen. Also erst mal den Weg zu gehen, wie bin ich denn das letzte Mal überhaupt dahin gekommen zu diesem Gefühl, dass ich ihn nochmal gehe. Und der zweite Aspekt ist, dass du dir erlaubst zu erforschen. Zum Beispiel, ich habe letztens eine Übung mit einem Kursteilnehmer gemacht von mir und da war es so, dass sie hat quasi gespielt und dann hat es nicht geklappt. Und anstatt jetzt zu sagen, was sie machen soll, haben wir den Fehler erforscht. Was macht sie, um diesen Fehler zu produzieren? Was macht sie, damit dieser hohe Ton, also es ging um hohe Töne, nicht rauskommt? Und dadurch, dass sie das dann erforscht hat, hat sie plötzlich gespürt, ey, bei mir liegt es jetzt an dieser einen Sache. Und dann haben wir experimentiert, wir haben nicht gesagt, jetzt musst du dies und jenes machen, sondern sie hat dann selber ausprobiert. Okay, was passiert, wenn ich zum Beispiel meine Zunge ein bisschen bewege im Mund? Was passiert, wenn ich auf meine Haltung achte? Was passiert, wenn ich auf meine Atmung achte? Was passiert und dieses erforschende Üben, das bringt dich weg von Machen hin zu, dass dein Körper eine Erfahrung machen darf und du später dann ab einem gewissen Punkt aus der Vorstellung heraus spielen kannst. Du hast eine Vorstellung entwickelt, wie soll etwas klingen, wie soll etwas sich anfühlen, es soll leicht gehen und dann ist dein Körper so intelligent und mach das selber. Du musst ihn gar nicht kontrollieren. Also wir kommen dadurch raus aus diesem ständigen Kontrollieren wollen, aus diesem ständigen, wir müssen etwas Bestimmtes tun, um gut zu spielen, um besser zu werden. Das Kontrollieren selber ist das, was uns davon abhält, besser zu werden. Und das ist auch der Grund zum Beispiel, warum ich in meinen Kursen nicht nur sage, wie es richtig geht, sondern wir die verschiedenen Stellschrauben des Klarinettenspiels gemeinsam erforschen und einfach erforschen, wie der Einfluss auf das Spiel ist. Was ist der Einfluss von meiner Atmung? Was ist der Einfluss, wenn ich zum Beispiel falsch einatme? Was ist der Einfluss, wenn ich richtig einatme? Was verändert sich dann? Wie klingt das dann? Wie fühlt sich das in meinem Körper an? Und das ist auch das Geheimnis, wenn du dir schlechte Gewohnheiten angewöhnt hast, wie du diese schneller löst. Nicht, indem du kontrollierst und sagst, ich darf jetzt immer nur noch diese gute Gewohnheit machen und wenn ich das nicht mache, dann bin ich schlecht und nicht gut genug und dann ist irgendwas nicht richtig mit mir. Nein, wir erlauben uns, die schlechten Gewohnheiten zu erforschen, genauso wie wir die guten Gewohnheiten erforschen. Und wir vergleichen und wir spüren, was macht das mit unserem Spiel, mit unserem Klang, mit unserem Spielgefühl. Haben wir dann mehr Kontakt zum Instrument? Haben wir mehr Abstand zum Instrument? Fühlt es sich besser, weniger gut an? Und selbst wenn wir dann mal nicht wissen, okay, ich habe jetzt hier ein Problem, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, damit das funktioniert. Das ist erst mal gar nicht wichtig. Erforsche, was machst du, damit dieses Problem überhaupt entsteht. So, das musst du jetzt einfach raus. Kleine Inspiration, kleines spontanes Video. Wenn dir das gefallen hat, lass doch einen Kommentar da und sag mir, ob du gerne mehr solcher spontanen Videos magst, wie du das findest, wenn ich einfach darauf losrede. Und ja, wenn dir meine Art und Weise, wie ich an Dinge herangehe und auch wie ich mit Leuten arbeite, gefällt, hier auf www.kleinettenkurs.de und trag dich für eine Probestunde ein, damit du spüren kannst, wie das sich für dich anfühlt, auf diese Art und Weise ans Kleinettenspiel ranzugehen. Musik 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 Musik